Hallihallo Leute und da sind wir auch schon wieder. Ich habe mal einen kurzen Spielbreak hier eingelegt, auch wenn es mir ehrlich gesagt schwer gefallen ist. Einfach um mich mal so ein bisschen nochmal einzulesen, was denn jetzt hier wozu gut ist. Und ich werde auf jeden Fall versuchen das irgendwie zu berücksichtigen. Ich weiß nicht. Achso, das sind diese anderen Morschläge hier. Es wurde auch Zeit, da hat jemand diesen Tag erwischt. Er redet bloß davon, dass die neuen Waffen fertig sind. Und da vorne zum Beispiel läuft einer, der hat Informationen. Jetzt kommt irgendwer. Da sind allerdings ziemlich viele dazwischen. So, aber hier drinnen dürfte ihn ja eigentlich keiner finden. Ähm, was ist das schon wieder weißes an der Seite? Das ist wieder so ein Symbol auf der Karte, was ich überhaupt nicht kenne. Wer hat das gesagt? Also, jetzt eigentlich wollte ich, dass der da kommt. Ich glaube, der hat sich etwas bewegt. Scheiße. Und dann drauf. Der haut ab. Aber nur der Wind. Ich habe mich auch schon. Jemand hat ihn getürzt, das ist für ein Geräusch. Hm, egal. Ich glaube, jetzt sind wir hier hinten, ja. Wenn wir dieser Karte nicht unterliegen, nur Ruckersachen und uns allesamt in Ketten werfen. Die Menschen halten uns für Wurzeln. Wenn wir dort hier rufen, oder uns nageln die Sven. So, beim Rest werden wir jetzt hier noch unsere Anfangskampf-Skills ausprobieren. Also, es ist relativ viel hier. Ich hoffe, dass es keine problematischen Auswirkungen hat. Von diesem Boden hin in Richtung brauchen wir uns schon mal einiges. Ich muss hier dann noch erstmal draufgehen. Er hat erstmal seinen eigenen getroffen. Also, es ist relativ viel zu tun. naja scheiße ich hätte mir den ja verhören müssen so hier ist noch ein symbol was ich nicht kenne warum ist ja nix ich brauche etwas dass ich jagen kann so eine art karte und jetzt noch mal drauf erklärt wird was hier los ist kräuter 8 kräuter ok pilser scheinbar und nichtsdestotrotz was ist das andere noch gewesen was ist denn das artefakte dafür krieg ich dieses zeug was ich brauche um zu skillen ok ja komm holen wir uns das wenn wir hier schon hier sind das ist natürlich cool dass sie sich daran noch erinnern so müsse haben uns doch eben schon was abgelehnt das ist natürlich schon ziemlich geil gemacht muss ich schon mal sagen höh verdrückt es widert mich ab dass einige dieser will euch heute entkommen können sammeln der ist ein bis dieses erfüllt erinnerung an morgen nutze hell und er um nach erinnerungen zu suchen und drücken x um sie zu entfüllen da oben da oben schön ihr würmer wir kommen am schwarzen tor ihr werdet die wachtürmer für uns bauen harter arbeit wird auch belohnt meint ihr damit dass harter arbeit mit strafmilderung belohnt wird ihr seid allesamt verräter mörder und diebe wenn ich sage dass ihr belohnt werdet dann heißt das nur ihr werdet den karagor nicht zum fraß vorgeworfen ja das ist doch mal freundlich du sitzt genügend m um eine verbesserung zu kaufen ja gut dann gucken wir doch mal was haben wir hier äh 75 haben wir na das hier schwert drohnenplatz schaltet einen drohnenplatz für schwert frei was wäre das hier gesundheit erhöhen ja meistens am anfang für gesundheit erhöhen deswegen spare ich erstmal noch ein bisschen kann ich jetzt eigentlich hier unendlich lange drin sein ähm diese männer sind keine soldaten sie sind nicht bereit zu sterben alles lebendige muss sterben nur der mensch sorgt sich um das was nach dem tod geschieht das ist schon ein bisschen komisch jemand hat mir gesagt dass jedes mal wenn ein kaisier ausbricht 1000 kuhle aus dem boden strömen ich hab gehört sie wachsen aus dem schlamm wann immer es regnet so oder so ist es ein leichter sich zu zeigen was wir uns gleich sagen äh ja jetzt sind das auch geklappt mit dem aufladen wärst du das ok ok so langsam so langsam komme ich dahinter glaube ich jetzt kommt das so ähm Hauptmission wollte ich nicht eigentlich machen ich wollte eigentlich das andere machen der ist voll weit weg ja komm was ist das hin suche sie und finde raus was sie über dich weiß was keine ahnung machen wir gleich mal ist das hier die tilden Leute 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 ich weiß total bescheid nicht o ich will meine tollen geschossen hier aufhören ich will meine tollen geschossen hier aufhören eigentlich und wo weiter oben die neue straße ist fertig also werden wir uns sicher ganz oben und soll ich denn jetzt ganz oben ich habe gar nichts da steckt und wie das sie teuer zu stehen der hauptmann musste ihn von seinem leid erlösen jetzt und drehen sie so ein rad ich bin mir nicht wem sollte man vielleicht mal entgegen gehen die beiden hauen sich da hinten alles gut kann ich hier wenigstens in ruhe in ruhe hier raufschleichen ja das ist irgendwo da unten drinnen nichts und niemand den ganzen mordor könnte unseren häuptling besiegen da hast du nicht der ist eine hauptlinge bald kommt er auch hier vorbei hoffentlich mit dem kopf des grabwandlers was bedeutet das nein keine ahnung das ist die Tildin Sternenmond es wurde aus Mithril geschmiedet und trägt die erinnerungen an alte zeiten in sich das wissen darin kann gut oder verdorben sein die nicht nur am feuer stehen sollen solange der waldläufer in der nähe war aha aber in welcher art und weise hilft mir das das wissen darin kann gut oder schlecht sein aha ok so wenn ich jetzt anfangen auf die da oben einzuprügeln ne hab die menschen gefragt ob sie etwas grog wollten der grog reicht nicht einmal für uns wozu tust du das damit ich die hoffnung in ihren augen schimmern sehen konnte bevor ich sie ihnen ausgestochen habe reicht ihm die arme vielleicht ja gar nicht ja es ist der weichläufer Zeit für einen guten Kapp hohohoho das was ich nur hier nach hinten wollte zu dem nächsten Artefakt Mal so ich hier werden nicht zerbiss blut der für mich der und dann werden wir das mit der steuerung so langsam wird es ja da ist noch ein blümchen so nichtsdestotrotz ich wollte eigentlich da hin und noch die kleinigkeit da mitnehmen was nie das ist jetzt wieder oben drauf ich dachte er sei hier nämlich fies was überall solche sammelsachen sind die lage ist äußerst verworren was ist daran verworren ich sehe gefangene entkommen und zum tor rennen das entweder durch hexerei oder sabotage aufgerissen wurde oben schützen feuer einstellen wir verschwenden nur wertvolle pfeile für diese menschen sie haben ihren zweck erfüllt sie sind verdammt und interessieren mich nicht mehr mordor kann sich das ganze pack später holen schickt meinen dank an den hauptmann des tores ich schätze er hat mir die schlüssel als eine art scherz geschickt gut leute also ihr seht wir kommen so stück für stück hier rein das spiel scheint einen unglaublichen umfang zu haben alleine schon diese ganzen sammelsachen hier und diese ganzen infos und dieses ganze krims und krams es ist eigentlich hier viel zu viel möglich um ehrlich zu sein ähm ich weiß mal wie wir normal werden wo wir sein möchten ist der ort an dem wir zu bleiben verdammt sind die ausgestoßenen flüchteten aus gondor dorthin wenn wir ihn nicht aufhalten wird der dunkle herrscher seine armeen hier versammeln wie steile auf einem spielbrett na gut also leute die folge ist hier erstmal zu ende und ich sage vielen dank fürs zuschauen und hoffe dass ihr euch beim nächsten mal wieder zu mir rein verirrt macht's gut bis denne tschüssi tschüssi